Ich begrüße euch ganz herzlich zum Thema Bremssattel. Warum reden wir heute über das Thema Bremssattel? Ich vergleiche das gerne mit einem Hochleistungssportler, der innerhalb von Bruchteilen von Sekunden für die Sicherheit seiner Insassen sorgen muss. Denn wir haben heute viele Assistenzsysteme im Fahrzeug an Bord. Wie erreichen wir das? Durch eine professionelle Vorbereitung und durch kompromisslose Anforderungen in der Fertigung. Ich möchte euch heute gerne das Thema vorstellen in zwei Etappen. Einmal unser Bremssattelprogramm als Tauschattelprogramm. Und dann im zweiten Teil speziell nochmal unser Bremssattel für die elektrische Parkbremse ins Detail mit Informationen versorgen. Zuerst möchte ich euch unser Tauschattelprogramm vorstellen. Tauschattel heißt nicht zwingend aufbereiteter Sattel. Generell bereiten wir so einen Spherogussattel nur einmal rauf. Bei Aluminium-Sätteln machen wir keine Kompromisse. Das ist immer ein Neuteil. Hier haben wir beispielsweise einen VAG-Bremssattel. Direkt das Originalteil vom Band für euch zur Verfügung. Mit dem einzigen Unterschied, das VAG-Logo wird entsprechend neutralisiert. Bei den Bremssätteln System AT als Faustzettel verwenden wir entsprechende Führungsbuchsen aus einem gleitfähigen Gummi-Material. Die erkennt man daran, dass die ein entsprechendes AT-Logo haben. Und diese Führungsbuchsen sind millionenfach im Markt unterwegs und bewährt. Die erhaltet ihr natürlich auch bei unseren Sätteln mitgeliefert. Ja und ganz wichtig noch ist das Thema Montage. Die Befettung der Führungsbolzen. Bitte die Führungsbolzen nicht befetten. Da gibt es leider die unter fehlerhaften Informationen von Montageanleitungen. Das ist ein gleitfähiges Gummi-Material aus EPDM. Die bitte nicht befetten. Im zweiten Teil möchte ich euch gerne eine Information geben über das Thema Sättel mit elektrischer Parkbremse. Wir haben hier einen Sattel liegen mit einer ganz normalen Seilzugbetätigung. Das ist, sagen wir mal, Standard. Die Fahrzeuge neuester Generation haben natürlich ihr Bremshittel mit elektrischer Ansteuerung. Die bieten wir Ihnen jetzt hier beispielsweise in der Farbe Rot. Wir haben dann noch verschiedene Farbvarianten. Ultramarineblau, Mattschwarz und natürlich die Standardfarbe dabei. Bei entsprechend den Ausstattungsvarianten, die der Fahrzeughersteller bietet. Und das ist das OE-Teil vom Band für euch, für die Werkstatt bereitgestellt. Wir bieten euch diesen Bremssattel als vormontierte Einheit an. In der Variante 1. Praktisch effektiv für den Einbau. Und natürlich auch die elektromotorische Einheit als Einzelteil. Was ist noch wichtig als Vorteil? Diese Sattel als Kombisattel, Generation ohne Ansteuerung, hier mit Ansteuerung, mit elektrischer, auch als vorbefüllte Variante. Ihr kennt das Thema. Ein langes Bremspedal führt oft zum riesen Zeitaufwand beim Entlüften. Diese Vorbefüllung wird diese Thematik vermieden. Lasst uns das Thema Montage nochmal genauer anschauen. Hier gibt es nämlich so ein paar Besonderheiten zu beachten. Ihr kennt den Sattel mit Seilzugbetätigung. Was ist da wichtig beim Belagwechsel? Klar, die Kolben zurückdrehen und drücken. Und nach der Montage der neuen Bremsbeläge, Montage des Sattels, darauf zu achten im Funktionstest, dass nach betätigten Fußpedal bzw. auch Handbremsbetätigung der Handbremshebel unbedingt wieder am Anschlag des Sattels anliegen muss, um eine korrekte Nachstellung zu gewährleisten. Sonst haben wir ein langes Pedal. Konventioneller Sattel, Sattel mit elektrischer Ansteuerung. Was ist da zu beachten? Bitte, immer wo ein Motor dran ist, bitte ein Servicetool nehmen, wie beispielsweise unser Autodiagnost-Check. Dann auf das Thema Bremse lösen gehen. Dann wird die Elektromutter angesteuert. Der Kolben fährt nicht zurück, sondern hinter dem Kolben die Spindel, die zieht die Druckmutter zurück. Und dann könnt ihr in dem Fall bitte nur den Kolben mit dem geeigneten Werkzeug glatt zurückdrücken. Bitte nicht drehen und drücken, wie bei dem Standard-Sattel, sondern bitte immer nur glatt zurückdrücken. Sonst zerstört ihr den Bremssattel bzw. die Mechanik des Sattels. Tja, was gibt es noch Neues zum Thema EPB-Bremssättel? Meine Kollegen vom Produktmanagement haben mir verraten, dass wir für weitere Fahrzeuge entsprechende Sättel bereitstellen werden. Zum Beispiel für einen Ford, für einen BMW, Mercedes, Volvo oder Jaguar. Ich hoffe, ihr konntet etwas Neues mitnehmen. Ich hoffe natürlich auch, euer Interesse geweckt zu haben. Wenn ihr mehr zum Thema Montage Bremssattel wissen möchtet, dann schaut bitte unseren Expert-Talk Bremssattel-Reparaturkoffer an. Vielen Dank.